Okay, das brauche ich nicht, das brauche ich zum Beispiel, äh, okay, das brauche ich. Ich meine mir nur schnell zwei Schaufeln. So. Die Kohle kann ich da lassen eigentlich. Das kann man ja alles mitnehmen, das brauche ich eigentlich auch nicht. Habt ihr jetzt eigentlich das Essen hin? Ah, alles bei mir. Ich habe auch noch ein bisschen. So. Ich muss mal schnell schauen. Oh. So. Ähm. Ich glaube, das Sand war in diese Richtung. Sand war Richtung Dschungel abfackelnder Dschungel. Nein. Dschungel war Richtung, von Rathaus Richtung Lukas. Machen wir mal eine kleine Reise. So. Geh mal hier lang. Ich glaube zumindest, dass die hier in die Richtung war. Ich hoffe es auch. So. 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 Sie sind mit der Fall, oder? Ähm, wie hoch ist das am Neto-Portal? Fünf Blöcke hoch, oder? Ähm... Nein, nein, nein. Ja, doch. Ja, doch. Ich glaube, ich muss sogar die Decke einweisen und nachher noch reinbauen. Wie machst du das Gießen, oder? Ja, ich gieße es. Hattest du nicht mal eine Diamantsch-Bizacke? Nee. Sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Okay. Bei mir hängt ja, äh, durch hat die Diamanten gefunden, glaube ich, gell? Na, vier Diamanten. Ah, das sind meine! Ich wollte gerade... Spass, bis zur Rüstung! Gleich der Anspruch, der wieder. Ja, okay. Aber die sind in der Kiste, muss man sagen. Nee, das sind nicht meine. Ach so, halt. Doch, meine sind bei mir! Mein Schatz, Kolon! Echt sind nicht bei dir? Hätte ich jetzt nicht gesagt. Ja, nee, bei mir sind sie ja nicht. Nee, mein Wegen. Kannst du ja töten. Vielleicht hast du ja auch schon in der Kiste versteckt. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Im Wald. Wo du selber nicht mehr hinfindest. Ja. Kenn dich doch. Ja. Du kennst mich zu gut. Habe recht. Habe recht. Alter, wie ich das jetzt mal echt, wie viel Sand zu nicht mitbringe? Viel. Viel. Ja. Müssen wir ein Glasgebäude machen. Ah ja, klar. Eine Glasbrücke oben irgendwo. Ja. Aber Glas brauchst echt viel. Es wird dunkel, ich vergiss mich. Ich würde die Decke einreißen und dafür dann Cleanstone neu hinbauen. Ja, zum Beispiel. Weil das Teil ist insgesamt nur drei hoch. Also würde es heißen, ich würde normalen Ebenen in die Decke reinbauen. Ja, aber du machst ja diese zwei Obsidianblöcke in den Boden rein. Ja, jeweils die zwei Ebenen baue ich in den Boden und in die Decke rein. Ja, genau. Und dann ist es halt gerade hoch und dann... Aber trotzdem muss ich eben dafür die Decke reinbeißen. Ja, weil du ja gießen musst. Ja, weil du ja gießen musst. Ja, genau. Wie viel Eimer hast du? Ähm... 1, 2, 3, 4, 5... 5 Eimer. Hast du die Eisenblöcke wieder hergemacht? Ne. Okay. Okay. Schlafenszeit! Okay. Ihr braucht nicht schlafen. Warum nicht? Ja, ich bin nur in der Wüste. Stimmt und ich bin zu Hause. Dann... dann gehe ich zu... Dann kostet mir ja keine Monsterreifen. Und dann gehe ich auf Monsterjagd. Okay. Am besten auf Skelette. Schrei um Hilfe, wenn nicht borscht. Skelette sind ja meine Lieblingsgegner. Nein, nein. Merkt man ja die Feilen, die ich vorhin in der Presse... Ich finde... Creeper. Wenn man richtig, weiß ich mal, gegen die ankämpfen muss, dann sind die eigentlich gar nicht so... Sind die einfach. Ja. 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 Das schafft. Alter, die kommen da schon die Tür rein. Ja, ne. Du, grad noch so zugekriegt, ne? Kommt zur Hintertür, meine Creeper. Ey, ich schwör's dir. Hau ab hier raus. Also, ich bin damals explodiert, ey. Das ist genauso, das fällt genauso viel, wenn du's explodierst. Ja, du kannst es ja Ding auf Ding, ähm... Ja, es ist Protection machen. Du kannst also damit, dass sich explodieren lassen kann, gell? Okay. Okay. Ganz, ganz hohe Protection. Ein Zombie hat grad, äh, Eisenbahnen droppen lassen. Ja, ja, ist oft so. Okay. Die droppen sind halt alles. Sie droppen... Bei mir hat einer mal ein Eisenbrustpanzer, ähm, Ding mit Verzauberung gedroppt. Ja. Ja. Manche droppen auch, ähm, Kartoffeln. Ja, genau. Das, das kenn ich aber Eisenbahnen. Kartoffeln, ähm, Enchanted Book bestimmt auch ab und zu. Ah, ich glaub, da bin ich mehr, ich glaub, die findest du nur in diesen, äh, Spawner. Spawner. Ja, ja, da, ich hab dem jetzt, ich hab, ich hab vorher, vorher, bevor wir aufgenommen haben, zwei Stück gefunden, und dann bin ich in der Schlucht runtergefallen. Oh, okay. Und hatte noch ne geile, ähm, ne geile, ähm, Ding dabei, ne geile, die, die Arschwitzhacke mit einem Haltbarkeit, äh, mit drei Haltbarkeit und einem Behutsam. Und die hab ich nicht mehr gefunden, aber zum Glück die Bücher, die Bücher waren auch geil. Also, hatte ich noch mal halbwegs Glück. Ja, Bücher hab ich auch noch, stimmt, fällt mir auch grad ein. Ähm, ich, eben, darf ich einen Amboss bauen, den Swarthros rein? Ne, irgendwas nicht. Da haben wir zu viel Eisen. Da hat zu wenig Eisen. Ja, wir haben zehn Eisen plus die drei Eisenblöcke. Ja, die Eisenblöcke brauchen wir ja. Ja. Ach, ey, ich hab auch noch Eisen da, immer im Winter. Eisenherz. Fällt mir grad mal so auf. Spontan. Hier ist 16, ja, 16 Eisenblöcke. Okay. Ich glaub, die reichen für den Amboss. Ja. Lol, was greift mich da an? Oh, zwei Zombies. Du wirst anwürfen. Ja, freu dich, dass es nicht drei Skelette sind. Ja. Ja. Ja.